So, zack, 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 und haben wir wieder, wunderbar. Hier war ja Sackgasse, ne? Genau. Okay. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen gucken, wo es denn hier wieder rausgeht, wenn ich dann, ah ja, hier, glaube ich, ums Eck, ne? Ja, genau. Okay, da geht's raus. Das heißt, da würde ich eine Kiste hinpacken. So, Inventor, das ist die 6, ne, die 5. Dann komme ich immer mit den Nummern durcheinander. So, und dann würde ich Schotter, 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 Schotter sagen, Schotter. Den haben wir noch. So, ein Blödsinn. Wir haben noch ein Ei. Ich schiebe weiter. Okay. Würde ich jetzt eigentlich ungern haben wollen, fände ich ungeil. Die Kisten, können wir in die Kisten packen, das finde ich so geil. Das sind Matroschka-Kisten. Okay. Dann haben wir das eigentlich alles. Dann würde ich eigentlich noch ein bisschen was essen. Okay. Das machen wir später. Wenn wir da richtig am Boden sind. Das werde ich wegwerfen. Den Busch werfe ich weg. Jo. Jo. Und dann düsen wir hier mal weiter. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Will ich das Eck hier gerade ein bisschen vergrößern und ausbauen. Ups, alle. Du und du. Spitzhacke hier, bitte. 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 Und dann würde ich hier die vier gerne nochmal hinpflanzen. Danke. So. Für den Anfang reicht es. Dann düsen wir mal weiter. Wie gesagt, es ging hier um die Kurve. Ging es hier irgendwo lang. Da oben hoch. Da haben wir auf jeden Fall Kohle bis zum Abwinken. Okay. da ist mein ausgang da war ich schon überall das ist ja diese sackgasse gut aber jetzt so das heißt den bereich könnte ich eigentlich sogar zumauern da ist der ausgang da ist ende da will ich gerade gar nicht an dem vieh vorbei da will ich vielmehr so lang dann werde ich euch beide mitnehmen und dich so gehe ich mal da rein und da rein und da rein und da rein so vier licht zwei so da hätte man dich auch erledigt so was wir jetzt natürlich machen können ist uns den ganzen schatten noch zu holen was wir nach meinem empfinden auch machen so gut da müsste der schatter zu ende sein können wir da noch mal eine fackel hin und dann auch schon wieder kohle würde ich da mal schauen wie weit es da mit dem schatter geht okay und hier ja ja mäuschen ist ja gut okay äh 3 so aber eigentlich bin ich ja gar nicht wegen dem schatter hier und eigentlich auch nicht wegen der kohle aber die kohle kann man immer also kohle ist eigentlich immer gut so du und du dich kriege ich weg dich kriege ich weg und dich und ich glaube den mache ich lieber wieder zu bam bam bevor wir uns da ein bisschen wehtun so dann würde ich da mal rum gehen und da oben ist auch noch so die zuppe das heißt wir würden da noch einen reingraben dann rüber gehen dann rüber gehen okay und dann würde ich immer noch eine lampe hinsetzen und da unten war ja auch noch irgendwie okay okay rüber hüpfen fackel mitnehmen wieder hoch gehen ah ich wollte gerade boah also heute bin ich schreckhafte ich habe mich schon fast wieder eingenässt nur weil ich beinahe runtergefallen bin ach übrigens war das doof so dann würde ich immer licht machen okay brauchen wir nicht mehr da oben ist auch alles gut das heißt da brauchen wir auch nichts mehr machen das heißt wir können hier den schotter einsammeln und schaufel habe ich natürlich wieder keine mehr ist ja klar dann wollte ich dich nochmal mitnehmen so 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 okay wir sammeln halt den ganzen schotter ein das ist jetzt alles furchtbar spannend natürlich so und dann wird man die höhle weiter erkunden ne so wenn ich jetzt zumindest nochmal weiß ach ja da oben war ja auch noch so ging es ja eigentlich weiter so 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 zoom so z z z z z z Zoom. Okay, also wir sind dann schon noch weiter nach oben gegangen im Endeffekt. Nämlich dahin, dann darüber, dann hier hoch und da ist Sackgasse. Genau. Okay.